die freunde hier ist dann unser haus also ja 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 ein bisschen so gegen so zeugs aber ja hier bin ich so guten tag sind sie die vermieterin ja genau so sind die der herr krassbock jo ich bin herr krassbock also das ist die unsere wunderschöne wg die wir ihnen anbieten mit was was für eine wg und und das war ja also ihr packt was für wg ich habe dieses haus alleine gemietet nein das jahr wird sein partner und fertig ich bin mit ihm in der wg und er stinkt mal duschen bitte und dürfte ich fragen wieso die letzten vermieter die ganze zeit ausgezogen sind okay aber das ja macht mir schon ein bisschen angst wieso hier jeder also es ist etwas beim nachbar gewesen die hat ein bisschen streiten also mit dem da wo bei diesem komischen großen haus da ja ja genau okay dann wünsche ich doch einen schönen tag ich lebe mich da jemand mit wie hat sie eigentlich ach so warte mal hier ist ja hier ist ja ja aus was sie heißen ali okay und das war das war außerstehen ja ich habe gerade gesehen das war ja okay ich habe gerade gesehen das war ja okay ich gebe dir dann später okay also du heißt also only ich habe mich gerade geduscht mein name ist gras blog so schönes kennenzulernen hier erstmal die mietverträger zu ausfüllen ist ich gehöre wir haben nur ein bett wieso müssen wir in einem bett schlafen ich weiß nicht aber ich schlafe ich schlafe am besten dann hier ja du kannst auch in der kirche warte 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 warum hast du wo wo ist überhaupt wieder eine die weise und gegangen die kachbar kann auch er kann das mal beim nachbarn klingeln okay guck mal was für ein übertrieben großes haus hat okay die tür ist einfach hallo wir sind die neuen nachbarn also das ist ali eine ali war dann im und mein name ist gras blog interessiert mich nicht wie ihr kommt noch mal einmal mein haus zu machen dürfte ich vielleicht ins mit raus aus meinem haus wieso da musste ich jetzt hier kommen mit und ja alles gut doch einen schönen tag hier verjagt er uns einfach von seinem grundstück hallo hier ihre papiere noch einen schönen tag und am besten nicht vorstellen kann sie kann ja selber mit ihm reden alles gut sie können mit dem den sie mal mit dem nachbarn und wenn ihr mich braucht ja ja ich habe ihre nummer okay gib mir auch deine nummer die ist 40 ist mir egal so okay spaß vorbei wieso ist dieser nachbar so komisch wieso ist der nachbarn so komisch keine ahnung der hat uns angeschrien saß man ist ich habe das was Ich hab den Schlüssel, alles gut, ich schwöre ab, ich schwöre ab. Komm, komm rum. Oh nein, oh nein, nicht auf die Nacht. Sorry, ja, das stimmt. Nicht auf die dringend. Da war Blut auf dem Boden. Oh nein. Hoffentlich geht's dir, ist alles gut. Wahrscheinlich, wenn er blut ist. Ach du Scheiße. Warte mal, hey, hey, geht das auch noch alles ums? Ja, ich glaub schon. Wie haben wir nochmal? Ich glaub, ich bezweifle es. Nein, nein, da ist es gehört. Oh, 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 da waren Kunden. Geh weg. Ich bezweifle, dass es uns gehört. Mann. Ich bin traurig. Ja, da war schon wieder ein Schuss. Freunde, der eine spielt Ball hier. Pass doch auf, aua, hey. Äh, warte mal, da war jemand. Hallo? Äh, ja, ich wollte es, also ich hab so eine Wechsel, okay. Ja, und ich wollte euch hier was zeigen. Okay, dann, was, 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 wie klar ist eine Verwechslung? Ist es doch nicht mein Partner? Also mein... Nein. Also ist jetzt nicht mein... Wo ist denn der jetzt hin, hä? Oh, der, äh, 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 bist du gerade dahinter? Also ist er nicht mein Begeben? Oh. Doch, doch, es ist schon der Partner. Also hier ist eine Wohnung. Also ihr könnt euch einen von den ausrufen. Also hier ist eine Wohnung. Okay, warte mal, geht drüben. Dann gibt's hier noch eine Wohnung. Und hier alles gut? Alles gut? Alles gut? Okay, wir können sie uns schon selber... Was ist hier? Ja, ja, und ich geh dann, ne? Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ihr, der Vertrag, hier, der Vertrag, hier, der Vertrag... Ja, von ihr rechte Wohnung. Oli, hörst du ja auf, die Ar although nicht anzubaggern? Du bist, Oli. So, alles klar. Ihnen noch einen schönen Tag laufen Sie, der möchte, wir uns hier anzubaggern. Auf, lauf, lauf. Oli, bleib jetzt hier. So, komm mit zu mir. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Bro, hör mal zu. Und zwar, es ist doch übelst der Vorteil, dass wir jetzt hier oben sind. Warte mal, ich glaube, der Freund ist eine böse Typ. Ey, Bro, guck mal, wir können jetzt hier einfach rausschucken. Der beobachtet. Ich glaube, der eine Typ ist das. Der hat uns beobachtet. Geh mal lieber wieder rein. Geh mal lieber wieder rein. Ich gehe jetzt schlafen, okay? Ich gehe schlafen. Warte, warte, warte. Warte mal. Das Ding ist, ähm, ähm, ich glaube, ich glaube, der Freund ist einen bösen Nachbar. Ja, ist ja, was? Was hast du für komische Gedanken? Okay, Freunde, ich gehe jetzt einfach schlafen. Das Ding ist, ähm, ich gehe jetzt auf. Vielen Dank.